Hallo zusammen, ich bin Stefan, ich bin Florian und arbeite bei der RAU AG in Bülach als Polymechaniker. Wir beiden zeigen euch, was wir in unserer Ausbildung machen. Kommen doch mit! Um diesen Beruf zu lernen, sollte man sich sicher gerne mit Technik auseinandersetzen. Wichtig ist auch, dass es einem nichts ausmacht, wenn es mal ein wenig lärmt beim Arbeiten oder man mal dreckige Hände bekommt. In den ersten zwei Lehrjahren ist man in der Grundausbildung in der Lehrwerkstatt. Dort bereitet man sich dann auch auf die Teilprüfung, die Ende zweites Lehrjahr stattfindet. Nach dieser Prüfung beginnt man an, an der grossen Maschine zu arbeiten und produktive Aufträge zu erledigen. Bei uns in der RAU AG ist es einfach ein gutes Arbeitsumfeld und jeder hilft jedem, wenn es hart auf hart kommt. Mir persönlich gefällt an diesem Beruf die Abwechslung am besten in den verschiedenen Abteilungen und das genaue Arbeiten an der grossen Maschine. Das war's, wenn es euch gefallen hat, kommt doch mal schnuppern oder schickt eine Bewerbung. Wir freuen uns auf euch! endsören mit dir, rahatschen! Wir werden gegenseitern. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.